Liebe Zuschauer, die Märkte verändern sich dauerhaft. Damit meine ich nicht das Auf und Ab der Kurse, sondern ich meine strukturelle Veränderungen unter der Haube. Und das möchten wir uns heute mal anschauen. Liebe Zuschauer, mein Name ist Olaf Lieser von Options Universum. Es gibt das Auf und Ab der Kurse, das haben wir ja, weiß Gott, gesehen in den letzten anderthalb Jahren. Aber es gibt noch viel mehr und wir müssen einmal unter die Motorhaube schauen und sehen, was sich da tut und was das für Konsequenzen für uns hat. Liebe Zuschauer, auf dem Chart sehen wir den Wix-Future und zwar jeweils den nächst verfallenen Wix-Future rollierend abgebildet. Was ich aber viel interessanter finde als jetzt die Kursbewegung, das ist das hier unten. Langfristig haben wir einen massiven Volumenanstieg. Nun beachte dabei noch folgendes. Hier ist es Jahr 2010, wo dieser Anstieg anfängt. Und das Wohler-Event schlechthin, das war ja die Lehmann-Krise Ende 2008 bis 2009 hinein. Dort hatten wir die höchsten impliziten Volatilitäten und auch die höchsten Wix-Stände, die allzeithochsten, sind noch heute gültig. Aber schauen Sie sich mal das Volumen an. Extrem kleines Volumen, wenn man das mal mit heute vergleicht. Wir haben hier das Handelsvolumen einer Kerze, einer Wochenkerze. Aber die Zahlen, die absoluten Zahlen spielen hier dabei nicht so eine Rolle, sondern es ist einfach nur, dieser Chart ist einfach nur ein Maß für die Zunahme des Handelsvolumens in reinen Wohler-Produkten. Und in diesem Wix-Future steckt schon eine ganze Menge Geld drin. Ich habe noch eine andere Ansicht für Sie. Auf diesem Bild sehen wir das tägliche Handelsvolumen für SPX, also S&P 500 Index-Optionen. Der Chart geht zurück bis zum Jahre, das ist die Zahl 1993, wird im Video vielleicht schlecht zu lesen sein, aber das ist das Jahr 1993. Also 25 Jahre sind hier abgewählt, das ist das Jahr 2018. Auch ein riesig großer Anstieg. Das heißt, es ist immer mehr Volumen in den Optionskontrakten und immer mehr Volumen in den Volatilitätsprodukten. Was hat das für Auswirkungen? Was hat überhaupt das Handeln, das wir so treiben für Auswirkungen? Wir handeln häufig de facto auf Hebel, das muss jedem klar sein. Jeder, der entweder auf Margin handelt, Optionen kauft oder verkauft, das meint natürlich auch Optionsstrategien, oder CFDs handelt oder irgendwelche Hebelprodukte, wo der Name schon drin steckt, handelt de facto auf Hebel. Und was hat das jetzt für Auswirkungen, wenn man auf Hebel handelt? Dann bedeutet das, dass die Kursbewegungen sich potenziell viel stärker auswirken. Wie sieht es nun also aus? Wie handeln wir tatsächlich? Wie handeln die meisten Leute? Die meisten Zuschauer dieses Videos werden nicht einfach nur long die Aktie sein, sondern gehen long den Markt mit Derivaten, mit gehebelten Derivaten oder gehen short den Markt mit irgendwelchen Produkten. So, und was passiert jetzt, wenn der Markt sich gegen den Trader bewegt? Dann kommt er viel schneller unter Zugzwang. Wir schauen nochmal geschwind auf den S&P 500. Das ist jetzt ein Daily Chart am S&P 500 und das hat ja sicherlich jeder mitbekommen, zumindest die, die in den USA handeln, was wir natürlich bei Optionsuniversum tun. Wir hatten einen 20% Crash, auch wenn diese minus 20% nur einen ganzen Tag gehalten haben, nämlich genau den Heiligabendtag. Und dann ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag hatten wir eine massive, kraftvolle Aufwärtsbewegung. Und jetzt machen wir mal einen Schritt zurück. Wer von den Zuschauern, inklusive mich, ich nehme mich da ausdrücklich dazu, hätte denn geahnt zu diesem Zeitpunkt hier unten, zum Jahreswechsel, dass wir Ende März so hoch stehen, wie wir jetzt stehen. Wir haben fast das ehemalige Allzeithoch des Januar 2018 erreicht und wir sind ja auch nicht mehr allzu weit weg von dem tatsächlichen, noch gültigen Allzeithoch des September 2018. Wer hätte das gedacht? Was will ich damit sagen? Es gibt bestimmt viele Shorties, nenne ich sie als einfach mal salopp, die auf dem falschen Fuß erwischt worden sind und die dann entsprechend vielleicht auch gezwungen werden, glattzustellen. Was passiert mit einem Händler, der short den Aktienmarkt in seinem Depot ist und der gezwungen wird, zu reagieren und glattzustellen? Na, der muss zurückkaufen. Und wenn das bei vielen solchen Händlern der Fall ist, die auf dem falschen Fuß erwischt werden, dann müssen die zurückkaufen und wenn viele kaufen, dann pusht das die Kurse natürlich weiter nach oben. Also das ist sicherlich ein Grund, warum auch dieser letzte große, kraftvolle Aufschwung tatsächlich so weitergeht. Ein anderer Grund ist der folgende. Direkt zum Jahreswechsel hatten wir ja die Tiefstkurse dieser aktuellen Korrektur. So, und jetzt gibt es viele Fondsmanager, die skeptisch waren, ob das Aktienmarkt ist und die an der Seitenlinie standen. Die haben mal geschwind 15% im Markt verpasst hier. Deswegen jetzt zum Quartalswechsel gehen auch viele dieser Händler hin und versuchen sich nur einzudecken. Das heißt, auch von der Seite gibt es Druck, deswegen steigen auch die Märkte. Das sind sicherlich alles Erklärungen. Aber ich will vor allen Dingen darauf hinaus, dass aufgrund der Tatsache, dass gehebelt die ganze Zeit getretet und investiert wird, das bringt die Leute unter Zugzwang und die Wahrscheinlichkeit von rabiaten, kurzen Bewegungen, wie wir sie gesehen haben, im letzten Jahr oder in den letzten 18 Monaten, sag ich mal, die steigt, diese Wahrscheinlichkeit. Wir können auch gerne noch die sehr starke Aufwärtsbewegung Ende 2017 noch dazu nehmen, diese Bewegungen wären, das ist meine Aussage, eher steigen und zwar in beide Richtungen. Welche Konsequenz kann man jetzt daraus ziehen? Ganz einfach, wir müssen darauf achten, die Positionsgröße nicht zu groß zu nehmen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Strategien, die sich bewährt haben in der Vergangenheit, die gehen immer noch. Es gibt zahlreiche Strategien, die über 10, 15 Jahre gezeigt haben, im Backtest oder im realen Handel, dass sie wirklich in der Lage sind, durch verschiedene Marktphasen durchzugehen. Die kann man gedroht weiterhandeln, das tun wir natürlich auch, aber denken Sie bitte an die Positionsgröße und je nachdem, wie Sie Ihr Portfolio aufgestellt haben, was Sie für Kontrakte oder was Sie für Komponenten im Portfolio haben, achten Sie bitte auf die Verwundbarkeit in beide Richtungen. Man kann nach oben verwundbar sein, da muss man auch als Stillhalter durchaus aufpassen und man kann selbstverständlich auch nach unten verwundbar sein, das kennt jeder, der einfach den Aktienmarkt long ist, vielleicht auch noch gehebelt, der wird das wissen und wird das spätestens im dritten Quartal, Entschuldigung, und wird das spätestens im vierten Quartal 2018 erfahren haben. Aber wie gesagt, die Verwundbarkeit kann in beide Richtungen gehen, im Zweifel lieber defensiv sein. Es gibt genug Gelegenheiten zum Handeln, aber seien Sie halt vernünftig. Ich hoffe, dass Sie uns erhalten bleiben, nicht nur als Zuschauer dieser Videos, sondern dass Sie auch den Markt erhalten bleiben, als erfolgreiche Optionshändler. Dazu müssen Sie vernünftig agieren, nicht wie die gierigen Spieler in der Spielhöhle, Sie müssen wirklich methodisch vernünftig agieren. Dazu gehören vor allen Dingen Risikomanagement, die richtige, eher zu kleine Positionsgröße. Wir wollen, dass Sie prosperieren, uns weitererzählen, wie gut der Optionshandel funktioniert, wenn man es denn richtig macht. Also wir haben das sehr gut geschafft, durch die letzten etlichen Jahre durchzukommen, im Sites Optionsuniversum gibt, auch im Eigenhandel, sowohl Christian Schwarzkopf als auch ich, also endlich unserer Kunden, was uns sehr freut und ich wünsche mir sehr, dass es bei Ihnen auch klappt, aber dazu müssen Sie wirklich sich am Riemen reißen und die Dinge richtig angehen. Und wie gesagt, die Bewegungen werden eher rabiater, deswegen lieber kleine Positionen und wenn dann möglich, dann nach Strategien streuen. Ja, dann bin ich auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freue ich mich natürlich über positives Feedback auf den sozialen Medien. Das ist bei uns Facebook, YouTube, Twitter und LinkedIn. Dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, Ihr Olaf Lisa.